Und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Also, ich mach direkt weiter. Ich hab ne kleinen Cut gemacht, damit halt die nächste Folge anfängt für euch. Und wir sind jetzt hier in diesem Mien-Schacht-Ding. Typisch mal. Und können da hinten noch was aktivieren. Was haben wir denn? Wir sehen natürlich hier nix. Da haben wir was banalmäßiges. Kommt man da haupt hin? Ne. Aber, ich mach euch doch mit links weg. Die werden wir bestimmt ne rote Bananen finden. Weil wir mit Donkey Kong hier nicht hochkommen werden. Was ich vermute. Hopp. So. Die Peanuts. Einmal drehen und... Ah, okay. Hatte wir aber bestimmt nen Cooldown, ne? Ja, dachte ich mir. Ich will doch nur die Münze haben. Nein! Ich bin ein Trottel. Aua. Ich wollte doch... Weil ich wieder zu gierig war, habe ich mir... ...erst die Münze geholt. Anstatt den Button zu drücken, der so schon wieder irgendwo hingeführt hätte. Oh, ist das ein bisschen heikel. Häp. 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 Okay. Äh. Ah. Nochmal. So. Jetzt können wir es mal ein bisschen zügiger hin... Äh. Ähm. Funky. Oh. Die nicht auf Zeit läuft. Super. Das ist schon mal ein bisschen beruhigt. Äh. Einmal drehen. So. Oh, diese... Ich muss wirklich gestehen, die Kamera ist zum Kotzen. Kamerasteuerung ist wirklich ätzend. Und... Okay. Da sind nur... Schüsse. Aber da können wir auch mal gucken. Hi. Hier haben wir... Die. Ja, das ist... Na. Da hört er sich schon fleißig röpst, die Männer. Buh. Da haben wir was. Okay. Ist auf jeden Fall was. Lol. Gott. Äh. Ja. Ach du... Ah, es ist nicht okay. Aua. Soll der... Pist. Ja, ja. Hier. Keine anderen haben wir auch zufällig getroffen. Aber... schon doch ein bisschen... hart am Limit. So, jetzt schauen wir mal, dass da... Zack. Zack. Ach... Das lauft man, das ruckelt ein bisschen. Erdnuss Alarm. Äh... Ich tipp mal, wenn ich jetzt hier draus springen... werde... Hier. Hier. Okay. Äh... Ja, okay. Okay. Oder wir schaffen es auch so eventuell. Ab. Muss da vielleicht... in so... in gutem... Tempo da hochkommen. Ein bisschen... weiter... Oh nein! Äh... Laufband Dixi... Oh mein Gott. Hier. Na mir geschenk für euch. Da müssen wir halt ein Mittelding da oben finden. Ist hier nicht so... Äh... Oh mein Gott. Ach, du ahnst es nicht. Äh... Okay. Und ein bisschen tot. Wie kommen wir denn jetzt raus? Ach, zum Anfang. Wo wir noch ein paar Bananen finden. Fein. Aber am Anfang, da war doch glaube ich auch noch so ein... Ding, was wir machen konnten, ne? Wenn ich mich nicht falsch erinnere. Ich geh mal noch ein Stück zurück. Doch gucken wir... Ne, sind keine Bananen. Hepp. Hepp. Äh, unsichtbare Wand. Nein, der kleine Mann kommt wieder. Schnell zurück. Deh, 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 deh. Da ist das... Da ist auch hier so ein kleiner Mann. Da ist er. Jetzt machen wir das so. Machen wir einmal so. Und einmal so. Deh, deh, deh. Schnell gekonnt an eine Banane. Und ein kleiner Mann ist wieder da. Kleiner Bibermann. Oh. Beide gesmashed. Ich habe mal erst das Melonstückchen. Donk. 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 Piekong. Yay. Wir haben unser Melonstückchen. Da ist... Da ist... Ah, da ist eine Feder. Okay. Das heißt, das Tor bleibt offen. Und ich schaue mal neben mir. Und ich schaue mal neben mir. Ja, wir können jetzt eigentlich noch. Und sie. Nein. Genau so. Wo ist es denn? Oh. 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 Böser Junge. Ich glaube, die können zum Gegner, Endgegner oder was ist es? Dann würde ich mal machen. Ich würde aber mit Donkey Kong halt lieben gerne reingehen oder ich weiß nicht was kommt. Und probieren. Bam. 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 Okay, die beiden. Ah, mit Donkey Kong doch. Was kommt denn auf uns zu? Donnerblitz. Und Eis. Was. Äh. Äh. Okay. Okay. Aber. Ja. Was zur Hölle? Hier. Hier. Ah La 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 Wohhaha Okay Bleiben wir in der Nähe des Fasses Und hauen den am Kopf Yes Zweiten Treffer Ich hoffe, dass es nur drei Treffer werden sollen No, locken wir mal Schnell um die Ecke Aua Schnell Lach nicht so dumm, hier Ah, verdammt Ich will nicht sterben Nein Ah, mies Schade Probieren wir nochmal Nochmal Ich komme Ah, gehen wir auf jeden Fall hin Ah, das gedacht wäre ein bisschen einfacher gewesen Ah, wissen wir auf jeden Fall, wie er jetzt funktioniert Nicht gleich zu Anfang das Olle fast nehmen Sondern Jetzt versuchen das fast an Ah, mies Ah Nimm Yes So Wir haben erstmal kein Leben verloren, Gott sei Dank So Da du mich ja hamelst, kannst du mich ja verfolgen Kennen Ach So Jetzt nochmal Na Ran Das ist halt ein bisschen blöd Aber hoffen wir, dass wir es schaffen Diesmal Oder alle Gutlinge sind drei Das war nicht, was die Wellen verursachen sollen Ihr nehmt Was geschafft Jo Oder Sämt Ich glaube ich geschafft Ja, wir bekommen einen Schlüssel Nice Aber keine Yeah, Glitzer Wir bekommen den ersten Schlüssel Okay, also jeder Bossgegner hat sozusagen einen Schlüssel von uns, den wir dann halt später einsetzen können That's good Nice doing Dum, dum, dum Ah, okay Wir haben ihn besiegt Und das Schloss Versch- Beziehungsweise das Ding verschwindet Sonst können wir erstmal nicht viel machen hier Deswegen würde ich bei eins reingehen und den sozusagen aus dem Level rausgehen Aber was draußen passiert Sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge Bis dahin Euer Flashdoter Und Cheers Cheers Stehe